Ja, heute sprechen wir über den IML Vergütungsplan, den Marketingplan von iMarketsLive und wenn du das Ziel hast, Chairman 500 zu erreichen im IML Vergütungsplan, dann bist du hier komplett richtig. Also, ich zeige dir heute drei Strategien, vielmehr auch drei Fehler, die du vermeiden solltest und ich bin kein Theoretiker. Ich komme aus dem Network Marketing, ich habe im siebten Monat einen Monatsumsatz von 213.000 gehabt und wenn ich mich nicht täusche, Chairman 500 braucht man 200k. Wie das genau geht, da habe ich ein Gratis-Training vorbereitet unterhalb vom Video und ja, schau dir das dann an. Zuerst einmal zum IML Vergütungsplan Nummer 1 ist, dass du wirklich das Mindset von Anfang an hast, du bist kein iMarketsLive-Trader. Naja, du verkaufst ein Produkt, also es geht um Trading und jetzt sage ich dir, du sollst kein Trader sein. Warum? Ich habe den einen oder anderen IML Partner, den ich trainieren darf und wo ich sage, hey, du tritt völlig falsch auf, du tritt auf wie ein Verkäufer, man glaubt, du verkaufst einfach nur Trading-Produkte und er sagt, ja, das stimmt ja auch, sage ich, ja, aber wie willst du dann im Marketingplan, im Vergütungsplan nach oben kommen? Am Anfang erreichst du zwar den einen oder anderen Kunden, aber die Menschen machen es dir nach und du hast dann nur Kunden im Team. Also mir ist es lieber, statt 200 Kunden, die ich selbst habe, ich habe 1000 Partner, die jeweils 10 Kunden haben. 1000 mal 10 sind 10.000 und das habe ich erreicht, in wenigen Monaten habe ich tausende Partner gehabt und mehr und deswegen würde ich dir von Anfang an empfehlen, Mindset, nein, ich bin kein IML Trader, sondern ich will in dem Vergütungsplan nach oben kommen, ich will wirklich ein Business aufbauen. Da kommen wir gleich zum sogenannten McDonalds-Effekt. Also der zweite Punkt im IML Vergütungsplan ist der McDonalds-Effekt. Was meine ich damit? McDonalds ist eine der größten Firmen der Welt geworden. Warum? Menschen zahlen dort eine Million Euro, damit sie eine Lizenz bekommen, eine Lizenz zum Geld drucken, eine Lizenz, um wirklich ein Geschäft aufzubauen. Glaubst du, dass wirklich jeder McDonalds-Inhaber wirklich Burger ist, also bei uns in Hartberg hier, da weiß ich, der steht nicht mal auf drinnen. Das heißt, das ist auch nicht die Bedingung, sondern ich möchte durch McDonalds ein Geschäft aufbauen. Das ist es. Und genauso beim IML Vergütungsplan. Wichtig ist, dass du den Leuten ein Geschäft anbietest, eine Lizenz, ein System, auf das komme ich auch gleich zu sprechen und das war auch der Grund, warum ich in zwei Jahren über 800 direkte Vertriebspartner gesponsert habe. Die Leute sind nicht eingestiegen wegen der Firma. Ich war in einer Firma, die zu dem Zeitpunkt über 25 Jahre am Markt war, die 400.000 Vertriebspartner hatte. 400.000, die genau das gleiche Produkt hatten wie ich. Aber ich habe von Anfang an den weltweiten Sponsorwettbewerb gewonnen, weil ich es anders gemacht habe. Weil die Leute bei mir ein System bekommen haben. Ein System, das sie sonst nirgends bekommen hätten. Und das ist definitiv, also wenn du beim IML Vergütungsplan ganz nach oben kommen willst, brauchst du dieses System. Punkt Nummer 3 für den Marketingplan von IML ist es, jetzt kann man eine Schrift nicht lesen, ja, du brauchst eine Pipeline von neuen Interessenten. Wir haben ja bei iMarketsLive, wir haben Kunden und wir haben Vertriebspartner. Wir haben schon gesprochen über das System. Jeder Partner hat zehn Kunden und es werden aber Kunden wegbrechen. Das heißt, wenn er am Anfang zehn hat, wird er vielleicht nach einer Zeit Nummer drei haben. Das hat nichts mit IML zu tun, sondern das ist einfach Network Marketing. Man weiß auch, dass alle Menschen, die heute ins Network Marketing einsteigen, nach zwölf Monaten, also nicht alle, Entschuldigung, aber nur mit zehn Prozent dabei sind. Das heißt, wenn du wirklich im, wenn du Chairman 500 erreichen möchtest, dann brauchst du stabile Umsätze. Und das ist ganz, ganz klar. Du brauchst deine Pipeline an Kontakten. Du musst nicht der beste Verkäufer sein. Du musst nicht die beste Präsentation haben, aber du musst die meisten Kontakte haben. Das ist es. Ich habe im Jänner 2018 110 Vertriebspartner in 30 Tagen gesponsert. Unten findest du das genau Training. Und das ging nur deswegen, weil ich tausende Kontakte hatte. Ja, ich habe ein Facebook-Posting gemacht und da haben sich so viele Leute gemeldet, die konnte ich nicht mal durcharbeiten. Ich erinnere mich, ich bin hier gesessen, habe eigentlich nur drei Wochen im Jänner gearbeitet, weil ich fertig war, weil ich die Anzahl der Kontakte gar nicht mehr geschafft habe. Und ja, 110 Partner ist ja auch nicht schlecht. Das heißt, diese Pipeline brauchst du und eine Pipeline ist für mich Menschen, die auf mich zukommen, nicht die ich selbst akquiriere. Es gibt Leute, die jetzt gerade bei Facebook, mich juckt es bei Facebook, eingeben, wie kann ich mit Trading Geld verdienen. Werden das für dich die richtigen Partner für dein IML-Business? Natürlich. Und du bist auch kein Bittsteller. Und du wissen möchtest, wie das genau funktioniert, weil vor einigen Tagen hat Facebook eine neue Funktion gelauscht, um dir Kontakte zu bringen. Und du wissen möchtest, wie das genau geht. Unterhalb findest du den Link in 30 Tagen 110 Partner. Dann kommst du sofort in mein Training und da zeige ich dir alles. Also, ich wünsche dir, dass du Chairman 500 erreichst im IML-Vergütungsplan. Hau rein, rock it. Bye, bye. Ciao.